Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Evil Within 2 Okay wir jetzt erstören mal die Kisten Rauchpulver und das sind Waffenteile Und ne ich glaube ich mache das lieber nicht auf weil ich glaube da könnten Gegner drinnen sein Deshalb lasse ich das mal Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock zu sterben Ich brauche das dringender als du Kumpel Boah scheiße Komm weg mit dir Keine Munition mehr scheiße Handfeuerwaffe mit Laseroptik Geil Oh nein Scheiße Jetzt bin ich doch gestorben Okay jetzt sind wir wieder hier Was war das Okay wir holen jetzt wieder schnell das Kraut Und der bleibt wieder sitzen Waffenteile Nochmal Waffenteile Und das war's Kommt man hier auch rein Oh nein Oh nein Scheiße Oh er ist tot Na toll jetzt habe ich noch einen Schuss Waffenteile Nochmal Waffenteile Nochmal Waffenteile Und nochmal Waffenteile Kann man hier auch irgendwie rein Hier ist auch nichts Hier ist auch nichts Oh geil Oh geil sie sieht uns nicht Ich benutze erstmal eine Spritze Wie kann sie mich denn sehen Komm schon Ja Ah ok Jetzt kann ich beide auswählen Da habe ich sechs Schüsse Hä Kommt man in das Haus auch rein Achso Wasserleitesturm Ja ok Brauche ich jetzt aber nicht Und hier kommt man nicht rein Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg Hier ist Kraut Oh nein Oh das ist ein neuer Gegner Scheiße Nein verpiss dich Boah nein Na toll Jetzt stehen doch alle auf Geh doch da hoch man So ein Scheiß Trick Na toll Oh shit Oh nein Oh nein Aber die Pistole ist echt geil Kann man den nicht jetzt schon töten Achso ich habe gedacht Hier ist irgendwas Oh nein Schießpulver Ich will einfach nur da rein Ah, ist das eine gute Idee Ah, hier ist noch eine Statue Ah, hier ist noch eine Statue Oh, Scheiße Ich habe gedacht, man kann das Schloss in mir entfernen Ah, hier ist noch eine Statue Okay, jetzt habe ich die Waffe hier beim Schnellzugriff Komm schon, geh weg Ich mache es jetzt einfach mal Scheiße Komm schon Nein Nein Oh, Scheiße Stirb Sehr gut Achso, ich habe gedacht, das Tor bleibt offen und dann kommen alle rein Aber wenn es so ist, ist es eigentlich eh gar nicht so schwer Waffenteile Teile fürs Präzisionsgewehr Mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können Ah, okay Okay Okay, geil, jetzt haben wir das Präzisionsgewehr Und hier sind noch ein paar Sachen Pg-Munition Metallrohr Und Waffenteile So, ich glaube, das war alles Kann man das jetzt entfernen? Wie es aussieht, aber nicht Man muss einfach nur mit dem Messer draufschlagen Das habe ich auch nicht gewusst Und jetzt schnell weg hier So, ich glaube, das war alles Ah, da ist noch was Eine Flasche Und hier ist noch mal Kraut Und wir sollten auch eigentlich mal mit der Story weitermachen Eine Flasche Macht das viel Lärm? Okay, was ist hier? Nochmal Kraut Da liegt einer Scheiße Oh nein, das sind sogar zwei Bye Alter war das jetzt knapp Oh nein Okay hier kommt man auch nicht rein Das kann man aufmachen das Garagentor So Waffenteile Schießpulver Nägel Waffenteile Und hier ist eine Werkbank Können wir irgendwas verbessern Erhöht den Schaden Das wäre mal nicht schlecht Okay jetzt können wir ja nichts mehr upgraden Okay Oh scheiße Das hat Lärm gemacht Oh scheiße Ich glaube da sind welche drin Ja das mache ich lieber nicht auf Okay sehr gut Die Tür ist zu Alter ich dachte schon da steht ein Gegner Ja hier ist gar nichts drin Wie soll ich Vorräte besorgen Wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist Das sollte genügen Da kommt ihr nicht raus Ihr liegt da James Ryan hier Bitte melden Ich habe einige dieser Dinger im Raum Unter der Lackiererei eingesperrt Bin jetzt unterwegs zum Besucherzentrum James Hörst du mich Scheiße Hier drunter ist ein Lager Da muss ich hin Untersuchen Oh nein Oh Mann Komm schon Okay so 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 Was Hä Das ist ja mega schwer Ah ok Ah ok Aber hier ist noch so ein grüner Punkt Ok und hier ist die Story Mission Ach du Scheiße Oh ne Alter er muss halt tausend Jahre nachladen Scheiße ich bau jetzt erstmal eine Spritze Alter ist die Stark Ey komm schon Ok ich nehme mal gleich die Spritze So dann nachladen ein Huh O Ich Komm schon, bitte. Was? Willst du mich verarschen? Die hält einen Schleichangriff aus. Ja, okay, Leute. Ich werde jetzt aber auch erstmal die Folge beenden. Und ja, dann würde ich sagen, das war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.